UNTERTITELUNG Rund 3, Runde 1 Bleibt zu, Arthur, und rechts rum Und zubleiben Schön Zubbleiben 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 Schön weiter mit der Führung und bleibt zu Rechts rum Mit Schritt, Arthur Ja, gut, 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 gut Als weiterer Gast möchte ich die Grüße. Den Judenpartner von NRW, der Kollege von Berns, herzlich willkommen. Dann möchte ich Ihnen ein eigener Sager etwas bekannt legen. Damit wir auch weiterhin diese Boxer fördern können, wollen wir gleich mit unserem Spendenbericht die Zuschauer ein. Wir bitten um eine kleine Beleidung. Drei, Drei, Roten, Zweifel. Ihr erklärt Ihnen am Stadion. Druck! Bleib zu, Arthur! Gerade bleiben, komm! Bleib gerade! Arthur, komm! Gerade! Bleib gerade! Nur Führein erstmal, Führein! Raus da! Raus da! Raus da! Bleib gerade! Raus da! Raus da! Raus! Bleibt zu dabei! Jawohl! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir haben das offizielle Ergebnis, Sieger des Aufgabens der Menschen, der Genta aus der Roten Ecke. Vielen Dank.